Wo rennt einer eigentlich? Wo? Ich betrete jetzt wieder das Industria. Haben wir zur Base? Bist du bei den ersten Silos oder bei den zweiten Silos, Marco? Bei den zweiten Silos kannst du gar nicht drauf. Also die, die mehr im Staat sind. Danke. Das ist wirklich ein Pain, yes. DRAKON! Du, bitte. Ich hab jetzt einmal geschossen. Siehst du den Gilly-Typen noch? Das war kein Gilly-Typ. Nein, nicht du. So wie der Chopper schaut. Links vom Chopper. In deinem Baum. Direkt... Was für eine Farbe hat der Baum? Was für eine Farbe? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Nichts vom Chopper hast du ja... Sein Waldstück. Im Zentrum von dem Waldstück circa ist er. Keiner von Rums oder hier. Die sind alle auf der anderen Seite Flyer vom Hügel. Und sie schauen Richtung Chopper. Und Daniel und Marco sind scheuer noch. Und Daniel und Marco sind scheuer noch. Ich hab mich umgehaut. Oh oh. Hau zu ab. Hau zu ab. Lauf. Lauf einfach auf ihn zu. Bremer. Also ich lauf jetzt zurück und heiz das erste Mal. Oh nein, aber du hast Sicht auf den Typen. Äh, ich kann nicht. Der Geil. Ich hab mich umgeheizt. Das... Womit? Aus welcher Range? Keine Ahnung. Der Typ vor mir hatte keine Waffe in der Hand. Ich hab ihn nur gesehen. Zack und ich bin umgeheizt. Wo bist du da aufgerein? Oben am Hügel. Dort wo wir Wando weiter links, wenn man auf die Base schaut. War er ganz am Gipfel oder? Nein, nein. Ich weiß die vorne, dort wo wir gelegen sind. Zuerst. Der Geil-Typ würde mich so umheizen. Dann kommt zurück zu der Stelle wo wir waren. Wer heizt da? Keine Ahnung. Irgendwie in meine Richtung mit dem AS-50. Oder? Er kann gar nicht in meine Richtung schießen. Der sieht mich gar nicht. Ah, der Geil-Typ bewegt. Und wo? Ich sehe ihn jetzt. Aber ich glaube er zielt genau auf das Gebüsch wo ich bin. Der weiß wo ich bin. Oh nein weiß er nicht. Er schaut weg von mir. Oh komm. Heizt die Sau. Ich glaube der Typ der... Ich glaube hier kämpfen gerade drei verschiedene Parteien gegeneinander. Weil der Typ der dich ungeheizt hat. Der wurde beschossen von irgendwas. Ur-Orgem und ich. Auf mich haben sicher nicht geschossen. Weil ich bin... Ich stehe am Gipfel des Hügels. Und keiner von der Base hat sich auf mich. Und ich habe auch nichts auf die Base. Ich renne mich nicht hin zu zweit. Ah, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Woh tf. Ich habe ihn wieder aus den Augen verloren. Er ist... Unter... Unterm Kamm von Hügel ist er abgehaut. Oh wa... Ich sehe ihn wieder. Wir rennen jetzt wieder auf die Anhöhe rauf. Jaja, passt. Naja, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Du bist rechts... Du bist rechts von der Anhöhe in einem Busch, oder was? Naja, ich bin am Ende von der Anhöhe... ...e Stück links und dort dort liegen ist, müsste ich sein. Aber er ist nicht links komplett von der Anhöhe, oder? Naja, er ist in die Richtung irgendwie runtergelaufen ist. Keine Ahnung. Wo hast du seinen Freund umgekehrt? Ich? Den Haberer von ihm? Bist du teppert. Das war urweit links. Äh... Von den Hügel über dem wir gekommen sind, wie wir auf den Chopper gesehen haben, bin ich urweit links ausgeschert durch den Wald und ich renne in den Wald rein und sehe plötzlich einen hinterm Baum stehen und sich bandagieren. Also... Was ist das für ein Bogen? Chopper. Na uhr nicht. Irgendein Fahrzeug. Uh! Fuck, der MGG! Der kommt! Laber, kein Scheiß! Abort, abort! Na uhr nicht! Also, jetzt schätzt einmal, von dem Chopper aus nach links, wo wie weit entfernt ist ca der Gilleshutte? Der ist da den Hang komplett umzuglaufen. Keine Ahnung, der ist sicher 200m vom Chopper weg oder so. Wahrscheinlich mehr. Aber ich habe keine Sicht auf ihn, der kann mittlerweile überall sein, der Typ. Oh, ist er das? Ja, das ist er! Wo? Ich sehe ihn wieder! Ah, der rollt sich rüber! Ich glaube ich! Ich habe keinen Plan, du bist eigentlich ganz woanders. Er rollt eine Anhöhe rauf. Aufpassen, der Jeep kommt von hinten auf dich zu! Hab ihn! Oh, wow! Jeep kommt mit dem Geh! Oh mein Gott! Lauf! Aber ich habe den erwischt, ist mir wurscht. Man will nicht. Ich suchte aber das ist ein richtiges Panzergeschütz, der Jeep. Das waren diese DW-Typen schon wieder. Ja, ja. Ja, die DW-Typen sind ja Wayne. Ja, aber der Don ist ja einer von ihnen. Aber hast du den Kili-Sut? Du kannst mich wirklich nicht mehr wissen. Fertig. Ja, das ist das. Ja, das ist das, Mann! Das ist das, Mann! Ja, das ist das! Wir müssen leben. Ich weiß auch nicht, was er ist. Ich bin aber nicht mehr auf den Weg. Ich hab ihn. Ja. Wie lange lange noch, was ich mich jetzt für ein bisschen mehr zu tun habe. Es ist aber einfach nur einlöser. Aber gerne, wenn ihr das gewollt! Ich bin ja auch einfach und ohne Zeit. Aber er weiß auch nicht mehr so über eine Anprozelle. dass er gar nicht zu der Truppe gehört hat, weil er hatte kein... er hat nicht zum D-W-Klan gehört. You attacked for no reason? Das ist die Apokalypse, Alter. Hast du was geraucht? Also mich haben sie noch nichts. Ich bin noch da. Oh, ein blink und blink. Oh Gott. Mal aus. Oh. Oh. Ja, Ladies, die Sonne geht bald runter. Dann wird's wirklich zack. Ja, ich check's nicht, wieso der Kreis die ganze Zeit hier um den Chopper herum. Wer? Wer? Ah, der Jeep-Type. Ich warte nur die ganze Zeit, dass er stehen bleibt und sie aussteigen, damit ich sie heizen kann. So, und die fahren die ganze Zeit im Kreis um den Jeep? Ich fahre an die ganze Zeit solche random-autom-Kreis, im Kreis um den Heli. Und da den Wald drauf, da runter. Ich bin genau dort für euch gespawnt, what the fuck. Was? Wie den Leuchtturm von hier. Ja, ich lauf jetzt grad auf dem Berg. Lauf und loot deine Leiche, weil der Jeep ist nicht nur dort. Es ist keiner, der auf dich heizt. Ja, ich hoff's zumindest. Ich seh von da genau den Leuchtturm. Gut, es wird mehrere geben. Ist es auf der linken Seite von dem Berggrund von den Dust Trail? Bist du das zufällig? Nein. Nein? Nein. Ich schau trotzdem. Na ja, safety first, safety first. Soll ich jetzt bleiben oder sehe ich mich von hier verbiessen? Na beobachte sie noch, wenn du die Möglichkeit hast, einen umzrotzen. Ich lauf schon. Mein Trinken blinkt schon, es ist leer. Oh ja, das ist da, genau. Oh ja, das ist da, genau. Nein, nein, er lebt noch. Na hauert, wo bin ich da gespawnt? Oh nein, da ist das Elektro, natürlich ist das Elektro. Da zuckt ich, komm ich auch. Oh, ein Blatt weg, oder? Vielleicht drauf gehen. A Durstel. Na ja, ich hab gehört, wenn man einen Huntingknife hat, kann man auch pfanzten und sowas. Ich finde es auch sehr nice, wie der eine noch schreibt, wannabe Bandits, haben wir zwei von ihnen umgelegt, mit nichts, außer zwei Waffen. Und sie haben einen fucking Tank mit einem G und einen Chopper, Ghillie Suit. Die haben mit einer Axt in der Hand. Ja. Vor allem der Typ, der nicht umgrotzt, aber der hatte irgendein fettes Stock gegen irgendwas, M240 oder so in der Richtung. Der hat einen Mack von der S58 gefressen, hat einen Schuss ab. Marco und dann können sie hier wieder zurück reinschieben. Channel. Weil jetzt brauchen wir ihn und sie sind immer weiterbrechen. Oh, schon wieder? Oh, er hat sich gekillt, damit er näher transpauen kann. Was ist denn das für ein Lappen? Was glaubst du, dass ich mache? Aber ich habe keine Waffe dafür. So, wo seid ihr zwei Lappen? Cerno. Okay, passt, weil ich werde gleich in Cerno einfliegen. Achso, brauchst du eine Waffe? Ich brauche alles, Alter. Ich habe ja gesagt den Rucksack und eine Bandage mehr, die ich... Haben wir nicht den auf dem Weg ist bei unserer Base? Und können wir irgendwas anderes machen, während die da rumdutschen? Haben wir alle gestoppt? Äh, Przemo noch nicht. Ich und Haus haben jeder einen getötet. Die Dummkeitswarten, irgendwer hat Flyer umgerotzt und... ja. Das war geil, so der G. Mit dem fetten Geschütz. Alter, das ist... Das ist so billig, Alter. Das ist so billig. Das ist so billig. Das ist so billig. Hubschauer. Hubschauer runter hier. Ja. Dann move it. Immer nach wie vor die Leichen? Oder sind wir nur ein Kreuz? Nein, nein, Leichen beim Weg. Es sei denn, sie haben sich geheiratet, aber ich glaube nicht, dass sie aus dem Jeep ausgeschlagen sind. Wie gesagt, ich bin jetzt genau dort, wo ich draufgegangen bin. Äh, fünf Minuten. Fünf Minuten? Oh ja, ja, ich komme runter und die Zutte blöbelt mich blöd. Ich werde trennen. Ich lauf ins Hospital. Andere Richtung, Marco. Hospital Plattenboden. Ja. 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 Das ist nichts mehr von meiner Leiche. Ich habe sich geheiratet. Na oh nein. Wen hast du eigentlich umgerotzt? Aus. Den Dom Demon. Er hat den Dom Demon genau erwischt. Und wer wurde darauf gekillt? Thirsty. Hast du das? Wir treffen uns bei einem Leichen. Hirstie habe ich umgeheizt. Okay, und wer wurde umgeheizt? Der Flyer gekillt hat. Niemand. Flyer hat keinen gekillt. Und sie haben mich. Alter, gerade wie ich bei meinen Leichen. Okay. Dann haben sie irgendeinen AS-50-Teil oder irgendein Snapper um 10 Minuten. Was sollte ich die AS-50 gekillt war? Ja. Okay. Schau, ist jemand in der Trader-Sinn? Kann er nachschauen. Was ist das? Nein, Marco. Ich bin in Ciano. Achso. Das ist ein Board, wo draufsteht. Die letzten Kills. Seit dem Server Reset. Der Baller ist entlang. Bist du schon im Hospital? Immer. Ja, bei mir flanscht der Schilder. Ich kann schon nicht neu connecten. Ich gehe jetzt wieder Magic spielen. Er fährt gerade weg. Oh mein Gott, er ist so dicht an meinem Baum vorbeigefangen. Dicht im Sinne von nah dran? Oder ist er dicht? Er ist 5 Meter an meinem Baum vorbeigefangen. Er ist dicht an seinem Baum vorbeigefangen. Er ist dicht an seinem Baum vorbeigefangen. Und ich bin genau so um den Baum herumgerannt, dass sie mich nicht sehen konnten. Fremodo-Pro-Player. Kommst du ins Krankenhaus? Ja, ja, ja. Es lag von mir. In welchem Krankenhaus seid ihr? Bei Ciano hinten. Warten, warten. Okay. Weiß dich, rechts von dem scheiß Haus, wo wir jetzt waren. Aber du bist noch in meinem Leben, Ciano. Also das muss man dir schon lassen. Ja. Er weg, freigert sich einfach zu sterben. Ich kann mich hier auch nicht wegbewegen, wenn ich mich... Ich kann mich hier auch nicht wegbewegen, wenn ich mich... Also fly in Magic. Ja, gleich ist Ciano, wo ich direkt gespawnt bin. Oh, sie hab ich entdeckt. Aufstampe. Ja. Nur im Hospital drin, Marco? Wo bist du? Ja, ich bin im Hospital. Ich bin jetzt bei den Kränen in Ciano. Aus dem Osten. Du bist im Hospital bei den Plattenbauten. Oh, sie haben mich. Wo? Im. Hospital. Marco, ich bin im Hospital bei den Plattenbauten. Da ist niemand. Rechts. Rechts. Rechts von diesem Scheißhaus, wo wir jetzt waren. Nimm den Silos. Dann bist du nicht im Hospital von den Plattenbauten. Ich frag dich zweimal. Bist du im Hospital bei den Plattenbautenbauten? Ja, ja. Es ist ein Hospital. Wenn ich vielleicht rechts das Hospital bin, ja. Okay. Ich brauch ne stärkere Waffe, Alter. Impfschuss in den Reifen von diesem Scheißteil. Und er war noch immer nicht platt. Jimmy, soll ich für dich laufen? In dieses fette Scheißhaus? Ich bin in Quarry. In der fette Baustelle. Ich bin nicht bei der fette Baustelle. Ich bin gleich beim Hotel. Beim Hotel? What the fuck? Ja, und da ist gleich beim Hotel. Wieso soll ich jetzt wieder mitten in die Stadt rennen? Ist da irgendeinem Stadtrand? Ist da irgendwer in Cerno hier noch? Oh ja, bitte rennt alle Jungen irgendwo hin. Wir können uns rennen. Ist mir egal. Na echt? Wieso soll ich jetzt wieder mitten in die Stadt reinrennen? Ja, dann renn nicht mitten in die Stadt rein. Ja, das Hotel ist nur mitten in der Stadt. Ja, ist ja gut. Da rennt ein Survivor außerdem Richtung Hotel. Ja, ich renne da gerade hin. Nein, der kommt aus dem Osten von Richtung Elektro. Ich habe ihn gerade mit ein paar Zutten im Schlepptor laufen sehen. Also, ich renne gerade ins Hotel. Jetzt. Ja, warte. Noch nicht, noch nicht. Ich bin... Ich bin hier noch in einem Pub. Ich schau kurz, ob ich da irgendwas find. Bleib da. Ja, ich hab dich gesehen gerade im Pub. Also, ich renne gerade ins Hotel rein. Ja, solange wir keine Zutten kommen, hoffe ich, dass ich da irgendeine Waffe oder irgendwas find. Oder... Hier ist ja eine Waffe am Boden. Schau. Im Hotel. Ja, warte. Oh, hier ist ein Revolver ausgezeichnet. Hier ist der Mako auf eurer Geübensche. Macharoni. Macharoni. Sie haben immer angesehen. Binoculars hast du hier auch. Oh, Munition. Das ist... Datapack. Marker auf einem Magazin und binoculars. For long distance. Ich sage ja, das mit dem Marker kannst du genauso Rangefinder machen. WTF, oder? Wer spritzt da gleich ab? Oh, I think it's empty, but... Ich hab einen Briefcase gefunden. Und Jimmy? Warte, gleich. Ich schau noch hier vorne rum rein. Ob da irgendwas ist. Oh, Ida. Ich steh mitten im Raum, die Zutte holt aus und ich krieg die Munition nicht mehr getroffen. Ah, ich hab einen Macaroni-Mac gefunden. Schauen wir mal, im Pub gibt's immer Macaronis. Oh, im Klo Munition. Hier ist noch ein Macaroni mit einem Magazin. Ja, ich hab für den Revolver auch einen Mac, aber ich komm in Schutztier. Ich hab auch noch einen Revolver-Mac für dich dran. Oh, was hast du da hortest, Jimbo. Was? Das ist von dem Typen, den ich umgeholzt habe, der mich umgeholzt hat. Und der, der mich auf dem Wartos umgeheizt hat. Nimm dir aus meinem Rucksack, Jakob, die SA-58 raus. Oh, Ida. Seriously? Und ich spawne Komarovo dick neben der Base. Du willst nicht verarschen, Jimbo. PKP und SA-58? Ja, aber für die PKP hab ich keinen. Also, nur noch zwei Magazine mit Anschluss. Äh, brauchst du die Toolbox? Äh, nein. Alles, was im Rucksack ist, kannst du rausnehmen. Na, passt. Nimm dir noch Morphium Blood Pack, wenn du brauchst. Ja, ja, genau. Morphium werde ich mir nehmen. Antibiotika. Ah, diesen Arndt Jeep Arndt, den kann man nicht finden, sondern... Also, den kann man nur finden, weiß. Oder sich Zahnbocken, oder wie ist das? Ich weiß das jetzt. Keine Ahnung. Der Typ, der oben am... Der Scharfschlüssel, der oben war, der gehört zu dem Team, auf das er gerade Jagd gemacht hat. Plus, ich hab seinen Autoschlüssel ergangen. Ja. Hallo? Für den Autoschlüssel, den er mir abgenommen hat, muss ich jetzt endlich. Jetzt lässt sich der Lappmann da und umhauen. Wie viele Slots hat der Rucksack, Jimbo? 35. Serious, dieses kleine Reardl. Ja, ja. Leute, könnt ihr mir nur die Frage beantworten, wo Quarry ist? Wie? Quarry? Ja, damit ich wenigstens weiß, in welche E-Mails Richtung. Ich hab natürlich ein Kompass. Ist Quarry nicht, äh... unterhalb von Solnitschni? Hm... Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, du hast eine Uhr, wenn du brauchst. Ja, ähm... Du bist, weißt du, wo Flyer? Im... Osten der Map. Aber so ziemlich. Okay. Also wenn du, weißt du, Osten gehst und nach Elektro, wenn, äh... Die Insel... Also quasi, wenn die Küste nach oben dreht und du quasi Richtung Norden läufst, wenn du die Küste entlangläufst. Dort. Das heißt, du musst... Süden. Du musst in den Süden laufen und... Okay, passt. Dann lass uns hier grad hin. Ich hab's gerade gezeigt. Okay. Ich hab's gerade gezeigt. Okay. Geh mal. Ja. Ja. Oh, Essler. Wir machen uns jetzt auf dem Weg raus, dass sie sind. Ja, voll. Ist okay. Wo treffen wir uns? Ähm... Schauen wir grad noch aus, kurz zum Einkaufszentrum Jimbo. Ja, ja. Passt. So wegen Rucksack meinst du? Ja. Irgendwas größeres. Ja, ich hab's gerade auf dem Weg zur Rucksackung, ja. Ist da ein anderer Survivor? Okay, für einen Moment dachte ich, da rennt noch einen Survivor, aber ich zuck ihn grad auf. Okay, ich hau mich jetzt ins Magic mit raus. Agro-Warn von der Seite. Boah, Alter. Aber Jimmy frisch gespawnt und vier Leute auf dem Weg umfass. Wirklich? Ja. Okay. Außer anderer Channel. Na, ich glaubst du, wo ich das realtor hier habe? Ja, voll. Bis dann, Leute. Uh, warst du in der Fire Station? Ah, hab ich nicht geschaut. Dann schauen wir kurz. User left your channel. User was moved out of your channel. Du weißt, Jimmy, du bist mit der N-Srammer, gab's single close combat. Also alles, was näher ankommt. Ja, ja. Alles, was weit weg ist. Keine Ahnung, ich kenn mich aus mit der S-58. Vorhin hat er ziemlich viel davon gefressen. Uh, Map. Gibt gar nichts. Leute, es ist 5 vor 5 am Server. Ähm, aber es scheint noch ziemlich hurt sein, also... Also momentan geht's noch. Ja, ist wieder die erste, um eins zu tun wie. Ja. Oder? Nein. Nix, Jimbo. Nix Zeit, oder? Komm runter. Ja. Oh, wir haben noch vielleicht 40 Minuten. Wow! Da hätt's einer oben rein! Ich, 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 ich schieße. Pfff. Nicht schießen! Boah, ich fall gerade raus. Ich hab die Zutte, ich hab die Zutte gerade erlegt. Empty Whisky-Bot. Wachen wir nicht. Boah, die Waffe schaut aber fettig aus, die ich hab. Wachen wir nicht. Kaufe. Äh, ja, noch. Ah, zu überlegen. Buh! Lauf vorne rein, ich lauf hinten rein. Passt. Aber da nehm ich mir noch das Fette Räder. Ja. Pana schaut gut aus und Glück ist drin. Ja, Luke seh ich auch. Was zu trinken... Bitte, dass irgendwo ein Ding drin ist. Was? Ein Rucksack für dich. Nein, hier ist nix. Aber Essen gibt's ja. Ja, Essen hab ich ja auch schon. Steck ich ein. Leute, die Gondeln dann auch immer mit ihrem fucking Jeep um. Hier ist ein Kompass, Herr Kopp. Passt, ich komm gleich. War's bei eurer Base, oder was? Also bei UNSERER Base schon, oder? Nein. Aber in der Nähe. Hier ist ne Ballage einfach. Ich bin schon am Weg raus nach Tscherno. Also aus Tscherno. Wo ist der Kompass? Hier, hinten. Hinten. Und auch eine Ballage. Mehr. Hier. Hier ist die Ballage oben. Und unten hast du den Kompass. Mit so 19,11 Muni. Hier ist eine... Was ist das, ne Macaroni? Aber die Macaroni zerahnt. Du, ich und Jakob bewegen sich jetzt mit Daniel eh in deine Richtung, Gemma. Also aber wir sind halt ziemlich nice. Ah, ich werd schauen, dass wir uns zu Starten rauskommen. Dann treffen wir uns. Ähm... Ich werd im Wald hinter der... Die Tankstelle auf euch warten. Genau. Ja. Ich find das ist ein guter Platz. Ich weiß nicht, ob wir gegen die irgendwas aussuchen können. Und die haben ein gepanzertes Vehikel. Nein. Das kannst du vergessen. Und ich habe 5, 6 Schuss mit der MCAT 12 in den hinteren linken Reifen verschossen. Und ey... Und ich hab dir jedes Mal diese... Diese Zwischenkörner... Nee, ist kein 1... Nee, ist noch den 5, 6 Schuss noch immer nicht platt gewesen. Also du kannst anscheinend das Auto auch nicht zum Stehen bringen. Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen. Und sie... Sie one-hitten dich mit einem Schuss. Also... Dem Auto. Ich mach mal, dass ich die Trafo-Station... Und da... Ah, da vorne ist die Tankstelle. Ja. Ich bin auch. Ich bin 30 Meter von der Tankstelle entfernt. Ich bin ein Stück von den Haken auf. Ich glaube, ich versuche nochmal zu meiner Leiche zu laufen. Wenn es nicht klappt, dann... Ach so, bist du dort in der Nähe gespawnt? Ja, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, dass sie da noch immer rumkauen wollen. Weil ich sie noch immer sehe. Aber haben sie sich beim zweiten Mal umgehauen oder? Im zweiten... Ich habe mich beim ersten Mal umgehauen. Ja, ja. Das ist jetzt mein zweites Mal hier. Der hat mich noch nicht gesehen. Ja. Jetzt hin. Was soll denn jetzt? Wer will, so knapp hängt die Abwollen. Ja. Oder langsam wird es... ...dunkel. Ich fahre mit Espen zusammen... ...vor zwei Monate oder so. Dann hätte er... Dann hätte er... Dann hätte er eigentlich... ...über welches Problem damit... ...aber diese... ...wahn... ...drin waren mal zusammen. Der Wayne eigentlich... Sie haben meine Leiche versteckt. No. Die Situation ist gerade. Ich darf es doch gar nicht bei mir. Auch zu beschwören. Ich wollte gerade nicht kennen. Warte kurz, Jimmy. Pass kurz auf mich auf. Ich höre irgendwo eine Zucke. Ja, bei der Tankstelle sind Zucke. Alle Leichen sind geheilt wahrscheinlich. ...drin ist ja nicht. Ich habe... ...drin ist ja nicht... ...ich rum... Von oben. Wieso? Okay, wir sind jetzt bei der Tanke im Fernsehen. Wo seid ihr, bei der Tanke? Ja, hinter der Tanke. Komm rauf, Jimbo, und... Warte auf. Ich bin ein Stück über euch. Ah, da ist er. Was für eine Tanke? Bei Cerno. Die Tankstelle nach Cerno. Warte kurz, ich bleibste hin. Wofür? Bei die... boah... Ja, was geht ab mit dir wirklich? Was hast du da für einen Stocki, oder? Barley, Barley. Die M14E. Ah, Penzi, ich habe für dich, für deine Macaroni, habe ich noch im Rucksack was drin. Ein Schalldämpfer? Ne, im 9ST hätte ich auch im Rucksack drin, aber ich habe nur ein normales M9M. Ah, Macaroni-Meg. Das passt, oder? 3 Macaroni-Meg. Warte, wir kannst ihn nehmen. Und du hast gesagt, du hast Revolver. Deswegen muss ich Revolver-Moment. Ach nein, den Revolver habe ich gekübeld, nachdem ich die Macaroni-Pumpen habe. Da habe ich keine M9M. Wollen wir ab? Ja, go, go. Komm auf. Wir sind hier mal. Bis dann. Spanke. Ich bin weg. Ich bin weg, was ich bin. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ah, ich bin weg weg. Das ist weg. Ich bin weg weg, für uns weg. Ich bin weg. Ah, ich bin weg. Ja dann, irgendwas hat's wahrscheinlich hingeschafft endlich Na ja Alter, ich fang schon wieder an zu lag Ja aber Speedcore, da ist du schon 100 Meter hinter Wir sind ja fast bei Balossa, oder? Ja, bei einem Airfield Das ist kein Problem Ein bisschen weiter Was? Das Airfield, hier schon, aber die Die zwei Dinge, die Baracken würde ich schon rauschecken, also die Flug-Baracken und den Tower Wieso? Was sehen die einfach? Ja, ja Ja, aber... Ich wollte gerade sagen, jedes hier im Armec, das wir finden und jedes härtere Stocke wird eingekübert, oder? Nichts los, mei Na gut, dann laufen wir aber hinten über den Balken Ja, ja, ich lauf schon Das ist der Chopper Ja, nur noch im Wald drin Ja, die haben hier nichts übrig gelassen Ja, die haben hier nichts übrig gelassen Was bei uns in der Base, oder was? Oh, Alter, ich sag gar nichts mehr, ich hör dir keiner zu Die Leichen Ich glaube, dass die vorher umgekrotzt worden sind, Marco Oh! Okay, er fliegt weiter Ach so, die umgekrotzten Leichen, okay Entschuldigung Okay, ich lauf hier am Waldrand entlang, das hat keinen Sinn da unten Naja, ich lauf hier schon am Waldrand Ich glaube, ich lauf mich umrotzen von irgendwem, ich renne jetzt zu dieser Base runter und lasse mich geblieben Mache ich hier zwischen Komaru und Kamenka In Kamenka gibt es nicht normal eine Waffe im Safe Ja, das ist leider wirklich ein bisschen Fail Ja, das einzige was wir machen könnten ist, wir könnten uns Den Truck nehmen und in den Norden rauf fahren und schauen ob wir dort irgendwo irgendwas looten können Wir haben gerade eine Zombie-Leiche gelootet Haben die U.S. auch ganz normale Autoschlüssel gemacht? Ja, die haben auch Schlüssel, glaube ich, also die kannst du auch locken Oh mein Gott, dann ist der Schlüssel vom Scharfschützen, der in der Ding war kein Autoschlüssel, sondern der auch schon mal Schlüssel Das muss nicht sein Naja, auf dem Schlüssel steht, warte Auf dem Schlüssel steht Black Key A4D2 Ja, das ist einfach nur die Kennung Okay Das hat leider nichts auszusagen Okay, okay, okay Genau, weil ein Sui ist ein Bell, also müsst ihr ein B haben, wenn es schon eine Typenbezeichnung wäre Okay, okay Yellow und hat als Bezeichnung, ich weiß nicht, irgendeinen Crap steht und Okay, ich muss mich doch nicht killen lassen Ich habe irgendeine Leiche, irgendeine andere gefunden War einer von euch Cop? Nein Er hat einen Red Key Ah, Hoska war Cop Weil ich habe gerade eine Leiche gefunden Aber wieso hat Hoska einen Red Key? His name was Daniel, ja Ah, das war nicht ich Daniel Moska Ja, er heißt ja nur Daniel jetzt im Game Hä, ist echt? Ja, nein, er hat ja DayZ neu aufgesetzt und hat sich nie die Mühe gemacht, eine neuen Schar aufzusetzen, sondern hat einfach mit dem... Pass, dann habe ich jetzt eine Zoffe Was hat er überhaupt für ein Redl? Irgendeine M4 mit Red Dot Wir können zwischen den Hallen Jimbo rein surgen Nein, lauf weiter weg, wegen den Zuppen Auf der Seite Wir werden einfach zwischen den Hallen reingehen, einer nimmt die linke, einer direkt her und dann gehen wir wieder hinten raus und circlen zum Tower Ich gehe gleich weiter Richtung Tower Ich gehe gleich weiter Richtung Tower Okay Wo? Ich bin irgendwo im Vault Ich glaube hier liegen Flares Ja Und es ist gerade irgendwer reingelaufen zu dem mittleren Zelt Wo ich hin schaue Wo seid ihr überhaupt? Bei... Bei Lotta, ja Es liegt ein Camlight dort Ich bin irgendwo eine Bühne Mittleres Zelt, was für ein Zelt Mittleres Zelt, die Zelte Richtung Ciano, diese Medical Tents Das ist in der Mitte, dass die Kreuze drauf war, das Medical Tent Dort ist gerade einer reingelaufen Okay, ich bin Open Range, ich habe die Sniper Schau, ob du ihn siehst, wenn du, ich weiß nicht, so einen schrägen Winkel auf den Eingang vielleicht zusammenkriegst, weil wir sind genau hinterm Zelt Nein, das ist da unten alles so scheiße, dass ich genau nix hinsehe Hier liegen echt Camlights, die fast ausgebrannt sind Und wir haben ja eh eingebildet Ich sehe da noch was laufen, aber... Maxime laufen, Jakob? Ja Ja Warte, ist das nicht so... Ah, wenn du reinzoomst, siehst du irgendwas dort? Wenn ich reinzoome... Kein movement Mach doch hin, man sieht dran, ich glaube, so ein bisschen, wer aus welcher hat sie gerade überlegt Mit Witz können wir's austeilen? Ja, ja, bleib da, bleib da, bleib da Wo ist der Eingang in dieses Medical Zelt? Ah, Richtung Strand Everhard, Outtouch, was... Ja, und in meinem Kopf ist nur so ein... Ja, ich sehe, wie du dich bewegst, Penzi, oder du... Ja, ja, ich... Gehst langsam geduft bei einem Buschgarten vorbei, ja Genau Renn einfach rein, Jakob Versuch nicht hinzukrouchen, wenn du Glück hast, renn einfach rein und bleib mal um während ihr gerade irgendwas macht Warte mal ganz kurz Renn einfach rein, ey Oh, das ist eine Zutte Ah, das ist eine Zutte, das ist eine Zutte, passt schon, passt schon Bist du jetzt schon bei den Zelten, Penzi, bist du das? Ja, ja, ich bin das, ich bin das bei den Zelten, ich bin draußen Okay, in der mittleren Zelt ist er nicht, what the fuck Der hat sich wahrscheinlich ausgelockt Ah, pass auf, es steht mit der Zutte beim mittleren Zelt Okay, im großen Zelt ist er auch nicht Ach, danke sehr, Hurenstutte By the way Hier sind jede Menge AK-Mags und DM-R-Mags, ich steck die ein Ich bewege mich mal weiter Richtung Tower Ich bewege einen Schlüssel Ah, das war eine Antwort Was hat der raus für einen Schlüssel? Keine Ahnung, ich vor allem weiß nicht von welchem Vehikel Er fühl sich einfach Hast du Blattwecks, Jimbo? Ja, ich muss das Pass Rennst du bei den Hangern? Nein, nein, nein Ich lauf hinter den Hangern Ich bin hinter dir, Marco Wer ist der Survivor, der auf mich zielt? Ich lauf hinter der ersten Halle In den Hangern war noch keiner, oder? Nein Ja, dann renne ich jetzt hin Irgendein Zetan, den er checkt hat, der schon Wie nicht ist Ach so, ich weiß schon Die sind Rucksäcke auf Ein Koyote sogar Komme Ein Koyote Rucksäck Ein Backpack-Koyote Ja, voll Auf der anderen Seite Pass auf, dass du die Zute nicht aggro machst Gibt's nochmal hinterm Tower eine Öffnung im Zaun? Äh, zwischen den zwei Towern hast du eine Öffnung Ah? Hast du Jimmy? Ah, warte Wollst du dann überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung, wie gesagt, ich hätte gesagt, dass wir uns irgendwie zu irgendeiner Seite und schauen, dass wir die Seite Genau Die Seite kriegen Aber mit dem LKW einfach Das wäre einfach Seite kaufen, Waffen kaufen und vielleicht weit auf Seite Bis wir bei der nächsten Seite Bis wir bei der nächsten Seite Äh, wird's schon dunkel, hat einer von euch Night Vision Nein, aber wir können uns auch einfach den Koffer nehmen und ein bisschen was von der Kohle hin Okay, ich bin beim, ich bin beim, äh, Control Tower Ja, da müssen wir aber zu dem oben rechts fahren, weil Ja, dann machen wir das halt Ja, weil Starry ist ja auch noch Stock Warte, 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 ich packe nur die Akamex und die Diamamex alles rein, weil mein Inventar spammt gerade über Oh, das ist der mit 50 ist das, geil Ich mag eher den hier Der ist schon geschmeinig aus Warte, ich, oh, da sind Painkiller, warte, die nehm ich mir auch noch Ich hab die Painkiller noch gut Ja, ja, nur Painkiller kannst du nicht genug haben, oder So wie dich die Zucken da prügeln in dem Scheiß, oder das ist abartig Und zwei Macaroni Mags Warte, ich komme mal zu dir rüber und kippe den Bloodpack Komm jetzt rauf in den Tower oben Warte, habe ich stehen Ja Du hast den Bloodpack Ich liebe es